Entschuldigen Sie, entschuldigen Sie bitte, ist dieser Platz noch frei? Ich verstehe nicht. Ist der Stuhl noch frei bei Ihnen? Frei. Ah, dieser, oh ja, natürlich. Ja, bitte. Dankeschön. Guten Tag. Guten Tag. Ist das nicht heiß heute? Ja. Ja, furchtbar. Ach, schön. In New Orleans ist immer heißes Wetter. Ah, Sie kommen aus New Orleans? Ja. Ich heiße Brayden Wondra. Wo haben Sie Deutsch gelernt? Ich? Oh, am Goethe-Institut, durch Lieder und Gesang. Sie sprechen sehr gut Deutsch. Und in der Schule. Wirklich? Nein, mein Deutsch ist noch nicht gut. Doch, Sie sprechen wirklich ganz toll. Wirklich? Ja. Oh, danke. Das freut mich. Es ist schon halb zwölf. Ich muss gehen. Tschüss. Nein, 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 nein. Ich will jetzt mal singen, was Sie gesagt haben. Bleiben Sie mal. Aber schnell. So schnell? Sie sind gerade gekommen. Einen Moment. So, ich nehme jetzt meine Gitarre und singe ich, was wir gesprochen haben. Also, sie hat gesagt. Also, sie hat gesagt. Wo haben Sie Deutsch gelernt? Am Goethe-Institut. durch Lieder und Gesang und in der Schule, sie sprechen schon sehr gut. Nein, ich spreche noch nicht gut. Nein, ich spreche noch nicht gut. Doch, sie sprechen wirklich sehr, sehr gut. Danke, das freut mich. So, und jetzt singt ihr doch mal mit, okay? Wir singen es alle mal zusammen. Ja? Wo haben Sie Deutsch gelernt? Am Goethe-Institut, durch Lieder und Gesang und in der Schule, sie sprechen schon sehr gut. Nein, ich spreche noch nicht gut. Doch, sie sprechen wirklich sehr, sehr gut. Danke, das freut mich. Sehr nett von Ihnen. Ich muss gehen. Ich muss gehen. Claudia. Claudia, kann ich du sagen? Klar. Claudia, tschüss. Ah, dein Kaffee. Trinken Sie ihn. Danke. Nettes Mädchen, aber so in Eile, mein Gott, die Deutschen. Guter Kaffee.